Ich bin Sam und in letzter Zeit läuft es nicht so bei mir mit den Frauen. Du bist scheiße! Ähm, ja. Deswegen hat mir mein Assistent ein Date mit Lottie organisiert. Und weil ich ein richtiger Gentleman bin, kauf ich erstmal noch ein Geschenk für sie. Diese hier bitte. Jetzt höffe ich mich mit ihr. Ich bin schon ganz nervös. Hi Lottie, ich bin der Sam. Ich hab dir was mitgebracht. Hi Sam, äh, was machst du da? Hör auf, das kitzelt. Die Kette ist echt schön. Danke. Ich kann meine Augen nicht mehr von dir lassen. Lass uns ne Runde spazieren. Kannst du mal bitte damit aufhören? Guck mal wie stark ich bin. Ich kann dich überall beschützen. Sam, ich brauch niemanden der mich beschützt. Ich hab Freddy. Oh, lecker. Ich liebe Bier. Psst, wenn du jetzt mit mir nach Hause kommst, teile ich meine Leberwurst mit dir. Ich fahr jetzt noch mit zu Sam, weil, joa, einfach so. Mein Trick funktioniert.